Molle, du Trimax hier. Wir spielen wieder Fortnite, das neue Chapter 4. Wir gehen rein in die Random Duos, Trios und Squads. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, denkt an den Crader Code Trimax. Machen wahnsinnig viele von euch. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der da alle zwei Wochen dran denkt. Einfach auf an den Klicken. Fertig. Gerade von der Berufsschule gekommen. Super Timing. Sehr gut. Hallo? Hallo? Test, Test. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Gut. Bist du irgendwie leise? Äh, ich rede dezent leise, weil... hast du schon schreien. So, ähm, wie gut bist du? Das ist meine dritte Runde dieser Season. Letzte Season hab ich gar nicht gespielt. Aber ich hab gesehen, das Spiel hat wieder Potenzial bekommen. Deswegen. Mal wieder komm, ich geb's mal wieder eine Chance. Ja. Aber ich spiel schon dezent lange, das Spiel. Okay. Und die anderen sind, ähm, deine Mates? Nein, ich frag mich, warum die nicht reden. Also es sind nicht meine Mates, es sind Randoms. Aber ich vermute mal, dass sie reden können, aber man hört sie nicht. Weil bei dem einen kommt die ganze Zeit so ein Logo bei TikTok, aber der kommt irgendwie nicht raus. Wie lange spielst du schon die neue Season? Zweiter Tag heute, ne? Zweiter schon. Ja, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich... dritte Runde, die Schuhe. Ich hab bei TikTok gesehen. Ja, neue Season. Ich hab... ah, geh ich mal erstmal loben. Ah, bist du viel auf TikTok? Ja, viel. Leider, aber auch. Ist das gut? Ich bin irgendwie voll gefangen da drauf. Scheiße, Mann. Diese App, der Geiler, Junge, die... die verwandelt dich irgendwie so in einen Zombie, Alter. Bro, löscht die mal. Ja, und danach ist sie da runtergeladen bei mir. Ja, nee. Löscht und lasst gelöscht. Bro, ich find's so geil. Du hörst dich, Army Trimax. Hä? Du hörst dich, Army Trimax. Achso. Oh, Lama vor mir. Ähm, ist das ein No-Skin? Hast du... ist das ein Neu-Account, oder? Ähm, ja. Was hast du gegen No-Skins? Nix, No-Skins. Nice. Ich vermisse die Zeiten. Hab ich noch einen anderen, die No-Skins, die waren... die waren so killer. Die haben einen immer zum Lachen gebracht, ey. Boah. Da ist ein One-Shot da oben. Ab ihn. Ist down, lass pushen. Und, äh, du spielst einfach immer Random Squats, einfach so. Ja, ja. Ich spiel Random Squats immer. Und versuch immer, korrekte Leute zu finden. Okay. Klappt das oft? Ja, also, die Deutschen findet man oft. Aber da sind auch immer ganz schön viele Assis dazwischen, ne? Naja, das ist... Alter, die sind so schlecht, die Leute hier. Das ist geil. Bestimmt wegen mir. Warum? Weil ich, äh, vorhin eine Runde verloren hatte. Aber was hältst du eigentlich zu Xbox? Xbox? Ja, ich bin eher, glaub ich, im Team PlayStation, oder? Team PlayStation? Oh, ja. PlayStation würd ich auch gerne zocken. Wieso hast du eine Xbox? Ja, ja. Okay. Aber ich bin noch All-Gen, aber stört mich nicht. Ja, und jetzt? Ja, versuchen wir den Gewinn, ne? Also, jede Runde muss gewinnen, also. Okay. Hast du schon einen Tambom aufgebaut? In real life? Ja. Nee. Du? Ja, gerade eben. Alter, geil. Ist gut geworden, ist schon geschmückt? Ja, natürlich. Hallo Weihnachten. Stimmt, ist jetzt ja wieder soweit, ne? Morgen ist Nikolaus. Morgen? Ja, normal am 6. Ja. Was gibt's bei dir immer zu Nikolaus? Ein paar Geschenke und ein bisschen Familie feiern. Mhm, gut. Einer fliegt über mir. Über mir. Hab' ihn. Oh, nice. Nein! Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich leb noch. Nimm die Krone. Auf keinen Fall. Nimm du die. Na, ab und willst du die Krone nehmen? Nee, nee. Alter, wieso ist er jetzt einfach auf mir gelandet? Ich hab vier Kills. Das ist doch krass. Oha. Alter, ich hab noch zwei Biggies hier. Ja, soll ich die nehmen? Ja, nimm mal. Bis es mir dann die Kanone hier geklaut wird. Nein! Kanone geklaut. Die ist weg. Scheiße, einfach geklaut. Der Typ schießt auf Wildschweine. Das ist eine ganz komische Runde, muss ich sagen, okay? Warum? Hast du noch... Nee. Brauchst du denn? Ja, ich hab alles, was ich brauch. Also eigentlich wollte ich Minecraft spielen. Ja? Ja, ja, Minecraft ist so schön. Warte immer noch auf das neue Update. Ähm, ja, ich spiel heute auch noch Minecraft. Ja? Ja. Spielst du so Singleplayer, so? Oder mit Freunden? Mit Freunden auf dem Server. Highpixel-Server? Nee, also... Also, wir zocken einfach... Multiplayer ist... Also, ganz normal Vanilla. Hoorah! Komm, wieder eine. Alter, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, die Anfragen. Ey, aber warum machen wir keine? Kommt eine Rocket? Oh. Gereicht dann auch mal, ne? Alter, Headshot! Holy shit, ist der gestorben. Oha! Oha! Einfach ein Schwert in den Kopf geschossen. Das macht ja so viel Damage. Paul ist noch einer. Oh, was? Habe ich noch einen, hä? Was ist das denn? Oha! Xbox-Lobby ist es. Wie krass ist denn diese Schwertwaffe? Welche Schwertwaffe hast du denn? Wer diese Schwertschäufer schießt. Ach, diese Harpune oder Schwert? Ach, ja. Ich bin diese... Headshot. Hammerfell, geil. Was ist die Waffe? Ich checke es nicht. Ich habe sieben Kills. Ja, schaffen wir doch, oder? Vier Gegner noch, komm. Ja, die schaffen wir. Wo sind sie denn? Aßigen. So ein Gegner. Sind sie. Ja, hier ist einer. Achtung. Ups. Den haben wir, geil. Drei Gegner noch. Das ist die chilligste Lobby, der ich jemals in meinem ganzen Leben war. Ja, halt typisch Xbox, ne? Krass. So welche Leute spielst du immer? Ja. Also ab und zu mal sind es solche, aber ab und zu mal sind es auch richtig krasse, aber die spielen meistens Arena immer. Boah, 70 Schaden? Oha. Die Waffe ist echt schade. Oh ne, jetzt falle ich hier rein. Willst du den letzten Kill machen? Wo ist der? Der müsste jetzt vor mir sein. Ah ne, das ist ein Fischskin. Komm, den musst du doch haben. Ja, ich hab's nicht getroffen. Nice, den haben wir. Nice. Ey, das war so free. Was war das für ne Lobby? Holy shit, wie geil. Einfach so entspannt gewonnen. Ey, das ist immer so. Geil. Ey, mega gut gespielt. Willst du doch jemanden grüßen? Grüßen? Ey, okay, ja, ich grüße meine Mutter. Okay, gut. Okay, alles klar, ne? Dann dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Der war... Wie war der? So der Chapter ist richtig gut. Ich finde so der Chapter geil. Die Mett geil, Waffen geil, Sounds geil. Ich finde alles geil. So, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Wo landen wir? Bei Gabe nicht. Nicht bei Gabe. Bei Gabe ist super schwach. Bei Gabe ist scheiße. Was denn? Die Frage macht gar keinen Sinn. Broder, der Typ hört sich an wie YouTube. Mit Gold am... Markierung. Hä, die ist? Na Gott, Alter. Die Ekel. Äh, wie kann man es nicht... Nicht verstehen. Doch, ey, Kiel und Steine. Okay, Digger. Ja, genau. Hier ist auch noch ein Team. OP. Zu OP. Oh, Haska. Ich brauchst das. Sogar in eine lila, ne Waffel. Die gerne, die Krams zu ihm. Sie sind. Noch eine, ist klar, Digger. Die wollen mich doch grad veräppeln. Gegner hier oben. Ey, ey, ey. Guck mal, ein lila, Digger. Ein lila. Ein lila. Wie alt bist du? Oh mein Gott. Das ist fünf. Hab drei Kills, das ist nice. Nein, ist aber nicht, dass grad vom Gegner geschossen werden. Was ist das? Wollen wir mal weniger schreien? Digger, der Schügel war ja übeltschleimt. Aber der Mikrofrau aus dem Mund. Guck mal, der Maul. Ganz ehrlich. Ich finde, wir sind ein totale Scheiß-Team. Denkst du, wir sind das Gute? Ich veräpple euch alle nur, Digger. Warum rastet ihr denn so aus? Seid ihr mich gut? Okay, Leute, wie gut seid ihr von eins bis zehn? Schätzt euch mal selber ein. Ich bin besser. Ich bin besser. Besser als was? Also, ich sag mal, von sieben bis neun. Du bist ein zehnjähriger Junge wahrscheinlich. Jeden Tag Fortnite durchsuchtet oder Scheiß, wie sonst das ist. Ich bin nicht zehn. Digger, was fragst du, wer ich bin, Digger? Ich bin einfach sieben. Gott, halt, Maul. Wie krank. Er gibt selber zu, dass er sieben ist. Traurig. Traurig, dass man da schon Fortnite spielt. Digger, in dem Alter hab ich noch das Land gefressen. Fortnite ist doch zölkisch, was für dich. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Lobby sagen soll. Ist mein Lut, Digger. Was für, das ist ein scheiß kleiner. Okay, der eine ist sieben. Wie alt ist der Rest? Ich bin zwölf. Der, der jetzt gerade gefragt hat, ich hört sich um vier an wie ein YouTuber. Wer ist denn so? Ne, ich? Ach, die noch nie, du. Ja, genau, du. Du bist ein kleines Kind, Alter, sei man leise. Keiner will die Frage. Ja, wie eine nette Flagge, Digger. Seine Eltern wollten nur wegen des Kindergeld. Ja, 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 selber. Drei Lamas vor mir, kann das sein? Bist du? What the fuck? Drei Lamas vor mir hier. Drei Lamas, das check ich nicht. Digger. Digger ist eben Town Bot safe. Das hört sich irgendwie an wie Tribal. Oha, oha. Drei Lamas? Ich habe ein. Der eine ist mein Tod. Was macht der jetzt? Ich brauche ihn. Digger. No way. Ich werde angegriffen, brauche dringend Hilfe. Oh Gott, Alter. Ich muss kurz hier hin. Ich höre das an, gelaber noch. Waren die noch mehr Gegner? Slurp-Kanone. Kann ich die haben? Ich wollte die, ich habe das Lama aufgemacht. Ja, dann aufgemacht. Kannst du dafür zwei Biggies haben. Cool, danke. Du hast es aufgemacht? Das Lama, ja. Waren die nicht mehr weg? Doch, aber du kannst sie ja töten. Achso, weil du gesagt hast, aufgemacht. Okay, gut. So, und ihr spielt einfach so random Squads oder was? Und dann kommt ihr in die Lobby rein und derjenige, der mit euch im Team ist, beleidigt ihr komplett weg oder wie? Nein. Okay. Das ist ein dreijähriger. Digga, ey, sagt beleidigen. Ja? Digga, ich überlebe immer, ich überlebe immer etwas als meine Mates. Immer, immer länger. Das kann ich euch sagen dazu. Okay, cool. Okay. Weißt du, warum? Weil du in der Ecke einen Busch klemmst. Nein, weil ich jetzt ein Motorrad fahre. Nico, warum heißt du Hort Nico? Hort Nico. Warum? Weil ich es kam. Woher kommt das Hort her? Weil ich es einfach kam. Hier ist vor einer genau bei mir. Wo kommt das Hort her? Ja, bei mir sind noch welche. Nico? Okay, ich komme. What the fuck? Nico? Okay, das war schon. Hallo Nico? Ich komme so schnell wie möglich. Äh, Nico? Mauer, du Ding Dong Eiermann ist da. Ich meinte auch falsche Adresse. Okay, Nico, kannst du mich hören? Ja. Ähm, wo kommt das Hort vor deinen Namen her? Wer? Ja, huwerschein. Du heißt Hort Nico, warum? Warum Hort? Weil ich es kann. Okay, Hort Nico? Oh, let's go in der Empie. Hier, ich hab drei Billies. Hort Nico, nicht Hort Nico. Dicke, da steht Hort. Hort, aber er sagt Hort. Er sagt ja Hort. Da steht ja Hort. Du heißt Hort Nico. Oh, er ist hier. Oh Gott, ihr habt ja gar keine Ahnung, was da steht. Ihr wisst nicht, was in eurem eigenen Namen steht. What the fuck? Ja? Ach, Dicke. Ich hab doch gesagt, ich komme gleich. Was musst du machen? Äh, bei mir im Zimmer? Nein, aber ich wollte doch schon Ende spielen. Nico? Okay, Leute, wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Wir sind ein richtiges Scheiß-Team. Hey. Seid mal ehrlich, ist der Soundboard? Gegner da vorne. Oh, was hört euch da für ein Hund im Hintergrund? Ja, der Soundboard. Bei wem ist der Hund im Hintergrund? Was? Ach, Dicke. Wer hat einen Hund bei euch im Hintergrund? Ey, Gerald Steiner. Gerald Steiner, hallo. Sag mal noch meinen Namen. Nein. Ey, Nico. Dicke, mach doch sein Soundboard aus. Wo kommt das Hort vor deinem Namen? Wo kommt das her? Mach dein Board. Mach dein Soundboard. Das hat's Maul. Ey, Nico ist so scheiße. Dicke, 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 Dicke. Ich bin ein Wixer, der mich jetzt nicht hielt. Hm, blub mich doch nicht. Motorrad! Mecken! Oh, hier ist ein Sweater, hier ist ein Sweater. Ja, okay, das ist ein Board. Board, safe. Oh, guck mal. Weil ihr nix könnt, die Hundesöhne. Halt doch deine Fresse. Halt die Adresse. Geiler. Halt's Maul, Dicke, du brauchst dich noch zu reden. Geiler! Gar nicht so greif. Genau, Board. Hä, wer ist ja? Hä, warum enden mich grad so viele? Dicke, von oben. Dicke, mein Internet hat immer noch können. Wo seid ihr, Alter? Ihr seid alle so scheiße, ne? Alter! Sagt der, der Soundboard nutzt. Meiner Güte, ey. Ich hab sieben Kills, ich bin scheiße, wahrscheinlich. Ja, der denkt auch, wenn der Soundboard hat, dass er ein Trimax ist. Das auch dann. Ey, ohne Witz, das war eine richtig unangenehme Runde mit allen von euch drei. Ich hab euch, ich feier euch alle gar nicht. Ich dich auch nicht, weil die Soundboard benutzt. Ich bin kein Soundboard und das weißt du auch, weil du gestreamt hast. Ich seh dich doch hier im Chat. Ich sag, Dicke, ich sag die ganze Zeit, Hort Nico, wie heißt du? Komm. Ihr habt euch grad 20 Minuten mit mir unterhalten, als ob ich ein Soundboard bin. So blöd kann man doch gar nicht sein. Trimax, ne? Warte, ne, ich geb euch hier. Bist du YouTube oder Twitch live? Ich bin auf Tinder live, Alter. Ich bin jetzt raus, okay? Ich hab die Runde gar nicht enjoyed irgendwie. Was war das denn? Was war denn das? Was war, was war denn hier passiert? Was war das denn? Wie kann man das in so einem kurzen Zeitraum schaffen? Du bist erst seit wenigen sieben Jahren auf der Welt und schon so. Wie wir, also du kommst auf die Welt und sieben Jahre später ist das das Ergebnis. Das ist krass.